Jaja, hier war Ich hab ihn jetzt beide gegeben Jetzt? Ja Er braucht immer noch mehr Ne Nichts passiert Ich hab ihm auch schon eins gegeben Vielleicht will er noch mehr WTF Hier ist ein Zombie Äh, da, von der Rutsche kommt einer Da hinten, da mümmelt noch wer Die ist einer im Wasser Ein Messer? Ja, ein Messer Und wir müssten ja immer noch hier Dings finden, Maggie Ich hab jetzt hier einen im Wasser Jetzt wird mein Paddel kaputt Wenn auch jemand ne Waffe findet, sagt Bescheid Ich hab ganz viele, glaub ich Oh, ich muss mal die Grafik ein bisschen runterdenken, das ruckelt ja doch schon etwas 60, 70 FPS Hier ist noch ne Tür, die ich öffnen kann Ja, die wir aufnehmen Kommt ihr mal her, ich weiß nicht was passiert Vielleicht kommt ne Quest oder so Oh, man kann hier nichts ändern, na super Ich hab nochmal Alkohol auch gefunden grad Ja, manchmal hab ich hier super FPS nichts passiert und manchmal ruckelt es einfach nur Ich komm jetzt mal zu euch, oder Ja, beim schwimmen ein Zombie bin ich Guck mal wie er winkt Ich öffne mal die Tür Okay, ist nur ein Lager irgendwie Hier ist der Alkohol, nimm das mal wieder auf Hab ich Vielleicht auch mal die andere Tür auf Spaß auf Juhu, ich bin drüben wieder raus Ansonsten ist hier wenig Interessantes Irgendwo muss Maggie ja sein Wir brauchen immer noch mal die Säure Habt ihr dem Typen noch mal Alkohol geben? Vielleicht weiß der wo Maggie es Ich brauch mal wieder ne Waffe Oh Oh Hau Oh 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 Sie sterben nicht! Oh oh! Bist'n du da hingerannt? Da! Bin auf dem Weg! Oh oh! Oh oh! Fuck! Wo seid denn jetzt noch? Wir kämpfen! Ihr freut! Da vorne! Ich such ja noch Maggie und Alkohol und alles! Boah da vorne sind ganz viele! Vier Stück! Ich kick mal den Ball zu ihnen hin! Weil der ist ja nicht gekommen! Ich hab keine Waffe also wenn dann müsste die herkommen wenn wir die... Oh der eine steht auf! Kommt's mal her! Schnell! Warte ich... Wir suchen mir gerade erstmal wieder Inventar! Die kommen! Da ist noch einer! Hinter uns ist auch noch einer! Ich hab keine Energie mehr! Ich brauch unbedingt immer wieder eine Waffe! Aber da steht schon wieder einer auf! Wieso kann ich das denn nicht ausrüsten? Ich hab noch ein Paddel und so! Wär ich weil's kaputt ist? Halt einfach die mittlere Maustaste gedrückt! Und dann wähle aus was du haben willst! Ach! Da kommt ein Zombie! Erstmal mal sehen! Oh Mann! Ich will doch hier nur... Ne Waffe haben! Wie wählt man das denn aus? Dann hab ich anscheinend keine Waffen! Wollen wir uns mal sein lassen mit Maggie und da abgeben die Quest! Vielleicht finden wir sie ja noch! Ja, von mir aus... Ich mein hier... Na gut wir könnten hier hinten noch einmal jetzt... Wir kommen ja immer mehr in die Ecke! Oder hier runter! Mal gucken! Oh Gott! Uah! Hier geht übelst die Ekelparty! Ja ja! Hier geht ne Tür auf! Rauen aufm Klo? Das kann doch sein! Ne doch nicht! Also ich glaub kaum dass dies bei der Ekelparty hier ausgehalten hätte! Warum aufm Klo verstecken ist doch nicht schlechte Idee! Ja, wenn da das Blut schon reinläuft! Häh! Oh der sind wieder schon viele! Oh Gott! Oh Gott! Henrik hat Disconnect! Oh der ist da! Weiß ich nicht. Der ist glaube ich schon nicht mehr da. Bestimmen wir mal den hinteren Zombie. Wollen wir jetzt kurz warten? Oder wie? Dann kann ich ja auch noch mal... Kurz neu starten. Hier, dann kann ich die Grafiken drunter drehen. Kann auch sein. Soll ich jetzt umbleiben? Oder was passiert jetzt dann? Ich hab das Game aufgemacht. Wenn ich rausgehe, ist es weg. Das ist ne gute Frage. Warten wir mal kurz aufhören. Wahrscheinlich liegt es doch an der Festplatte, dass es so ruckelt. Ja. Weiß ja nicht, hast du Ei da drauf? Dass er dir sagt, wie ausgelastet alles ist. Ähm. Natürlich, warte. Ah ja, okay. GPU 40%, CPU 45. Das liegt an der Festplatte. Dann brauchst du auch, glaube ich, nicht groß Grafik ändern, oder? Nee, nee, nee. Das ist alles in Ordnung. Ich mein, das ist jetzt nicht so schlimm. Es springt halt mal kurz auf 27 FPS. Das ist so das Niedrigste. Also es ist noch immer erträglich. Es ist nicht so, dass es so ein Spiel war, aber es wirkt halt schon irgendwie ruckelt. Oh Gott, der Sound kracht immer so. Ich kann ja mal hier... Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. So, willkommen zurück. Ähm. Mir ist gerade das Spiel abgestürzt, weil ich die Vertikale Synchronisation anmachen wollte. Und ich bin jetzt wieder hier in Game und... Wir brauchen immer noch Maggie und... Wollen ihr den Alcop geben und... Und dann in der Hauptquest dran. Was haben wir hier? Ich hab ein Gürtel gefunden. Ich find mich so ein bisschen wie in Skyrim. Ich find alle möglichen Schrott überall, find ich. Ja, ne? Nimm den mit. Einfach... Da ist es, ich nimm's mit. Dann lass uns einfach mal der Map folgen. Ich glaub dann kommen wir hoffentlich an dem Typen wieder vorbei und dann suchen wir Maggie nachher. Jo. Dann werden wir gerade weg. Ja, ich... Warte, hab nur überlegen. Ich glaub der Typ war da hinten, oder? Ja, kann sein. Ach, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hehehe. Dumme Scheiße. Lass mal einfach abgeben gehen. Hier war der. Hier runter und dann... Ich hab mit M ne Map, ne? Ja, aber das wird ja nicht... Doch da, da ist der Schnapstypi doch. Aber du kannst dir sogar Dinger setzen. Wo ist der Schnapstypi? Kommt einfach mit jetzt, ich hab mir den Punkt gesetzt. Okay. Die Zombies, die im Wasser sind da voll die Arsch gerade. Bis jetzt sind die Zombies ja eh nicht wirklich intelligent, ne? Ja, ist auch noch der erst sagt, also ich denk mal... Das wird noch... werden. Wenn du so farf 1 hattest. So, ich hab ihm jetzt genug Schnaps gegeben, glaub ich. Ja. Jetzt sagt er, er will 25 Dollar. Ne, gegeben. Na ne, ich hab's bekommen. So. Toll. Das hat mir 25 Dollar gegeben. Super. Ich fand, jetzt bringe 5 weitere Flaschen, da gibt's schon mal wieder 5 Dollar. Na toll. Dann mach ich zwei Koffer auf, dann hab ich auch so viel. Ja. Super. Ne, dann lass uns zurück zur Quest. Wo können wir das Geld denn nicht dann ausgeben? Eine Ahnung. Kommt vielleicht noch. Oh, tuto, 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 grad ein bisschen friedlich hier. Ah, ein Zombie. Ähm, wo müssen wir jetzt lang? Der hat uns doch hier grad runtergeschickt. Ich bin hier lang. Ja, ok. Ich bin hier einfach nur blind runtergelaufen und hab nicht aufgepasst. Ja, das machst du dann hoffentlich auch in der echten Zombie-Capokalypse, ne? Nee, da... das läuft anders. Da muss ich erstmal Geld verdienen, damit ich mir mein zombie-proofed Haus kaufen kann. Schön. Für einen Moment... Du kannst es fast vergessen. Oh, ich hab wieder so'n Stöcken gefunden hier. Da ist noch so'n Stöcken, den nehm ich mit. Na, jetzt komm mal her, Mr. Stöcken. Geben wir ihm ab. Bauplan genagelt. Ich hab ein Bauplan bekommen. Geto. Zwei Nägel, Baseballschläger. Upgrade für Waffe. Bauplan, Schlitzer hab ich immer noch. Ich hab keinen Bauplan bekommen, wieso kriegt ihr einen Bauplan? Zweimal Klebeband, einmal Draht, Gürtel, große Batterie, Rundmesser und zweimal Metallschrott. Kann ich mit den Schlitzer bauen. Was hab ich denn so'n Gegenständen? Was hab ich denn so'n Gegenständen? Draht, steht mal, da steht die Anzahl. Hm, tun wir noch nicht genug. Ein Klebeband, zwei Draht, ein Gürtel, große Batterie, Rundmesser und Metallschrott. Metallschrott. Ja, das ist der Schlitzer. Ja, wollen wir den Folgekreis auch annehmen, oder hüpfst du einfach ohne Quest weiter? Oh, ich hab da draußen umgeschaut. Dann, ja. Okay, ready to go out there again? I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Can you do that for me? Alright. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe. There should be a working radio inside. Signals when it's clear. And we'll follow you. Okay. Oh, oh, na. Was? Es ist zu spät. Was? Jetzt haben wir wieder eine Main-Quest angenommen. Vielleicht hätten wir grad, wo die Main-Quest abgegeben wird, die die Neben-Quest verfolgen können. Das stimmt. Deswegen bin ich extra rausgerannt. Ja, ja, deine Mutter. Quests, äh... Neben-Quest, Haupt-Quest. Nee. Hm. Hm.